Herzlich willkommen, mein Name ist Carlos Martins vom Traders Club 24 und ich zeige euch heute, wie man im MetaTrader sogenannte Profile erstellt. Das ermöglicht euch schnell zwischen einzelnen Währungen zu wechseln und habt dann immer gleich euer Arbeitstemplate vor euch. Ihr seht hier auf dem MetaTrader, ich habe hier den Euro US-Dollar auf 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten und eine Stunde. So und wenn ich hier dieses Profil mir abspeichern möchte, damit ich da immer wieder zugreifen kann, damit ich nicht immer, wie gesagt, jeden Tag das neu einrichten muss, mache ich es folgendermaßen. Ich gebe hier oben, wo ich jetzt mit meiner Maus reingehe, unter Profile, Profile speichern und trage das jetzt mal ein als sogenanntes Master Template. Master Template unter Strich Euro. Drücke ich auf OK und jetzt habe ich diesen Profil eingestellt. So, wenn ich jetzt mir ein zweites Profil einrichten möchte, geht das relativ einfach. Ja, ich zeige euch das mal. Auf der linken Seite habe ich jetzt zum Beispiel den British Fund US-Dollar. Einmal draufklicken, damit er blau und er malt ist hier. Linke Maustaste gehalten und einfach rüberziehen und dann, wenn wir auf dem Chart sind, von 5 Minuten loslassen. Und wir haben, seht ihr hier, britisch von 5 Minuten eingestellt. Hier auch nochmal rüberziehen, auf 15 Minuten draufdrücken. Ja, und auch hier automatisch eingefügt wieder links rübergehen. Linke Maustaste draufdrücken. Gehalten, also halten, rüberziehen. Die linke Maus immer noch draufgedrückt halten auf eurer Maus. Loslassen und wir haben es jetzt auf 30 Minuten, genau das gleiche nochmal rüberziehen, hier auf den Stundenchart. Und jetzt haben wir hier britisch Fund US-Dollar auf 5, 15, 30 und eine Stunde. Wenn ich das Profil jetzt abspeichern möchte, einfach hier oben raufgehen, Profil, Speichern als. Und jetzt tragen wir hier wieder Master Template und jetzt machen wir darunter britisch Pfund. Jetzt drücke ich auf OK und jetzt haben wir das so abgespeichert als Master Template britisch Pfund. Und wenn ich jetzt wechseln möchte, auf den Euro-Dollar zum Beispiel, einfach hier rübergehen, dann sehen wir Master Template Euro, draufdrücken. Und jetzt kommt automatisch hier Euro US-Dollar, Euro FX, 30 Minuten Stundenchart, nochmal, ich zeige es nochmal, einmal hier oben hochgehen, Profil auf britisch Pfund gehen. Das, was wir eben eingestellt haben und wir sehen, sofort haben wir das Profil für britisch Pfund eingestellt. Wenn wir das Ganze jetzt noch in verschiedenen Währungen machen, wir nehmen zum Beispiel hier oben britisch Pfund. Als erstes, zweiten möchten wir gerne den Euro-Britisch Pfund reinnehmen, linke Maustaste gehalten, rüberziehen und wir haben den Euro-Britisch Pfund. Jetzt möchte ich noch den Euro-Yen jetzt unten reinlegen, Euro-Yen unten, linke Maustaste gehalten lassen, rüberziehen. Jetzt habe ich den Euro-Yen drauf und dann wollen wir noch den Euro-Dollar und ziehen wir den hier rüber. Jetzt habe ich britisch Pfund, Euro-Yen, Euro-Britisch Pfund, Euro-Yen und Euro-US-Dollar. Wenn ich sage, ich will doch lieber hier statt den Euro-Britisch Pfund, OSD Schweizer Franken, dann kann ich hier auf der linken Seite mir diese Währung aussuchen, scroll hier runter. Entweder finde ich das jetzt hier in dem Bereich oder ich gehe hier oben rauf und sage mir, ich möchte gerne die Majors und suche mir dann hier den OSD Schweizer Franken letztendlich raus. So oben den OSD Schweizer Franken und ziehe den mir statt den Euro-Yen rüber, ein Mausklick und ich habe britisch Pfund, US-Dollar, Euro-Yen und Euro-US-Dollar. Wenn mir das so gefällt, mache ich ein folgendermaßen, ich sage, oh 5 Minuten 15, ich will alles auf 15 Minuten, also schnell Wechsel machen. Auch hier zeige ich nochmal, britisch Pfund rein testen, 15 Minuten, den Euro-Yen möchte ich gerne auch auf 15 Minuten sehen und den Euro-US-Dollar auch auf 15 Minuten. So, und das Ganze speichere ich mir dann ab, wieder als Profil, speichern als, Master Template oder was ihr auch nennen möchtet, ja, und Unterstrich haben wir jetzt mal Multi. Okay, gespeichert und jetzt machen wir noch einmal, also oben rauf gehen, Profile und ich will nur den Euro-Dollar haben, drücke ich drauf und jetzt kommt hier Euro-Dollar auf 5, 15, 30 und eine Stunde. Ich möchte den Cable mir anschauen, drauf drücken und ich habe hier den Cable 5, 15, 30 und eine Stunde und wenn ich mir alle Währungspaarung gleichzeitig anschauen möchte, Profil auf Master Template und dann hier auf Multi drauf drücken. Ja, und jetzt habe ich hier britisch Pfund, USD, Euro-Yen und Euro-US-Dollar. Ja, relativ einfach und schnell und so könnt ihr eigentlich sehr schnell rumswitchen und habt einen, wie gesagt, großen Überblick in dem Bereich, wie ihr schnell dann in eure Orders reinkommt, ja, oder einen Überblick auf die Märkte, ja, wenn ich alles auf einem Blick habe. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen wieder was zeigen, freue mich bis zum nächsten Mal, euer Carlos.